Wir haben hier eine Art Schmerz. 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 Eishockey auf 3500 Metern Höhe. In der indischen Himalaya-Provinz Ladakh. Die 20-jährige Tsewang Shuskit ist die schnellste und beste ihres Schulteams. Ihr amerikanischer Trainer ist von ihrem Talent überzeugt. Shuskit ist wahrscheinlich die beste Ladakhir-Hockeyplayer, die ich gesehen habe. Sie hat eine gute Hand und eine gute Vision. Sie sieht das Eis wirklich gut. Sie schaut für ihre Team-Mate. Sie schießt gut, sie skatet hart. Ihr Spiel ist wirklich gut. Sie tältig. Sie hat mich zu verletzen. Die sind in der Ausbrachung von der 100-Mate. Sie verletzten sich auf die 2,0-Mate. Sie schießt gut. Sie schießt gut. Sie blitzen sich so. Sie wollen die 1,5-Mate. Sie kämpfen wollen. Sie kennen sich so, dass wir Sie Psychäz oder die 2,0-Mate. Sie sind gerät. Seit zwei Jahren wohnt Shuskit hier und trainiert jeden Morgen und Abend. Das Mädchen-Eishockey-Spielen ist aber immer noch exotisch. Und Shuskit ist mittlerweile äußerst erfolgreich. Für ihren Vater ist es etwas sehr Besonderes, seine Tochter auf dem Eis zu sehen. Aber die einen Amt von einem Schuss betont, das ist eine große Rolle. Und die Arme, die Bewege die Bewege der Bewege der Bewege der Bewege der Bewege. Und da ist meine Tochter auf dem Eis zu sehen. Die Bewege der 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 Bewege. Ich bin ein halbes Zentrum. 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 Großer Tag für Shuskit. Ihr Team spielt heute im Finale um den Pokalsieg. Die erste Halbzeit verläuft nicht nach Plan. Die Gegner haben die besseren Torchancen. Mit einem 0 zu 0 geht es in die Pause. Doch in der zweiten Halbzeit blüht Shuskit auf. Und trifft. Die Entscheidung. Ich bin ein halbes Zentrum, als die Haare vorgона. Ich finde, es ist wichtig, dass ich mich an deiner Meinung nach Hause bin zu verändern. Deshalb weh mir jemanden, ich fühle mich so gern auf, ich bin so gern auf. Ich hoffe, dass ich mir dein eigenes Gedanzen eine Maske bin und ich fühle mich auf. Untertitelung des ZDF, 2020